Was geht ab, Leute? Seid ihr gut drauf? Gewinner ohne Scorer in 3, 2, 1. Let's go! Brühe, ihr Lieben. Ich bin Kessem, euer Liga-Anzeite. Ich bin wieder zurück, genauso wie die Bundesliga. Spieltag 7 nach der Länderspielpause. Und ich habe wieder einige Gewinner ohne Scorer für euch dabei. Und die serviere ich euch jetzt hier brüheich. Und damit gehen wir rein in die Gewinner. So, Leute, wir starten rein mit der 5. Und das ist Lukas Klostermann. Der hat sich jetzt in die Leipziger Kette festgespielt. Spieltag 6 war es die 4er-Kette, aber auch die 3er-Kette als RIV. Marc, Marco mit ihm. Erster Punkt ist hier erstmal Raum out. Das festigt natürlich seinen Platz. David Raum fällt mit Sprunggelenks-OP aus. Angehofft wird das Bayern-Spiel kurz vor Weihnachten. Da auf jeden Fall gute Besserung an David. Und ja, der fällt dann erstmal bis kurz vor Weihnachten. Das ist erstmal eine Strecke, die die ohne den laufen müssen. Klostermann dadurch noch safer im Spiel. Da auch statistisch sehr gut abgeliefert hat. Das bringe ich euch mal hier mit. Pässe ganz solide mit 76%. Zweikämpfe alles weggeräumt. Weggeräumt wie ein Zweikampf-Boss, so habe ich ihn getauft hier. Saisonal hat er da auch super Wert. Zweikampf ist er nämlich die 23 mittlerweile bei 63%. Luftkämpfe auch super stark, 54%. Also der macht seine Sache sehr, sehr gut. Ist daher auch eine absolute Kaufempfehlung von mir in allen Managern, die ihr da spielt. Liga in Zeit der Note 3 für Platz 5, Lucky Luke. So, die 4, das ist nicht Manuel, sondern Marvin Friedrich. So sieht es aus. Steigt hier noch gegen Kaufmann am höchsten und steigt auch bei uns ganz hoch ein hier in unseren Gewinner-ohne-Scorer-Charts. Platz 4 nämlich. Ich hatte ihn tatsächlich auch in meiner Liga-Insider-Mannschaft. Da habe ich mich natürlich doppelt gefreut. Und erste Frage, was ist mit Elwedi? Für den rutscht er nämlich rein am Wochenende. Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel. Sportdirektor Virkus sagte, man gucke von Tag zu Tag. Das klingt für mich erstmal nicht gut. Da auf jeden Fall auch gute Besserung an den Jungen. Aber ja, das wird schwer für den kommenden Freitag auf jeden Fall dann noch für ihn da irgendwie in die erste Elf zu rutschen. Zumal Gladbach auf IV, da sind sie nicht wirklich breit ausgefächert. Das wissen alle, die unseren Gladbach-Team-Check gesehen haben. Da haben wir noch Kiarodia, ist auf jeden Fall noch mit da drin. Aber ansonsten wird es arg dünn für Gladbach, die da auch nichts Neues transferiert haben. Marvin Friedrich, erstmal zurück zu ihm. Der hat seine Sache richtig gut gemacht gegen Heidenheim am Wochenende. Sein erster Bundesliga-Start. Stabiler als Türsteher, quittiert ihm auch die Liga-Insider-Note 3,0. 82% Pässe. Dann hat er 73% Zweikämpfe und 80% Luftkämpfe. Der ist in sehr, sehr viele Duelle gegangen am Wochenende. Daher auch alles aussagekräftige Werte. Dazu packt er noch sechs geklärte Bälle und ein Shot-Blocker ist er auch mit zwei Blocks im Spiel. Und Freitag geht es nach Mainz und man darf da zum viert schwächsten Heimteam der Bully. Und da sehen wir natürlich, ob er startet oder nicht. Deswegen habe ich hier auch noch mein dritter Punkt, das ist Line-Up-Check. Und dann schauen wir mal, ob der startet oder nicht. Das ist hier ein cooler Bonus für alle, die den jetzt reinholen. Und dann gehen wir weiter. Die drei, wir bleiben mal in Gladbach bei der Borussia. Und einer, der sich jetzt mal so richtig zurückgekämpft hat. Gesundheitlich ist das schon Wahnsinn. Krebsdiagnose mit einem Lymphknoten und hat sich da so geil zurückgefightet. Also einfach Chapeau, Wahnsinn. Respekt vor diesem Mann. Und sportlich steht da auch einfach 90 Minuten sein Mann auf dem Platz und rasiert da die Außenbahn einmal komplett durch. Hier auch hier kurz mit Piringer da ins Tänzchen gegangen. Die Rede ist von Stefan Leiner. Absoluter Wahnsinn, der Junge. Luca Netz ist raus. Fußverletzung, der fällt wochenlang aus. Skelly ist dann eins rübergerückt nach links. Und wie erwartet ist dann Leiner auf rechts gestartet. Und Leiner mit Top-Notch-Passwerten. Ich habe ihn hier Pass-King auch drin. 84 Prozent, der gibt dir ein sehr gutes Profil für den Pass. Und auch über die Tackle-Maschine, auch darüber lief es gut. Zwei von zwei. Zweikämpfe, fünf von neun, auch super gut für ihn. Dann hat er noch fünf Klärungen drin, zwei Balleroberungen. Torschussvorlage, Block drin und 75 Prozent Dribblings. Also, der hat dir wirklich alles geliefert. Stefan Leiner hier schon halb in der Weltform. Die ganze Zeit der Note drei auf jeden Fall. Und wir haben die Perspektive im Blick. Denn Gladbach wird jetzt erstmal so spielen. Mit ihm auf rechts, mit Skelly auf links. Und dann muss Luca Netz erstmal zurückkommen. Und auch erstmal zeigen. Denn der gefiel mir die ganze Saison bisher auch noch gar nicht. Deswegen haben wir erstmal Stefan Leiner auf der Überholspur. So, die zwei. Das war mein Call aus meinem Preview. Freddy Renno. Snipe ich euch hier nochmal kurz rein. Tag vor Kampen. Und halt die Bude sauber. Mean Van. Tag vor Kampen. Und die Bude sauber gehalten. Mean Van. Sehr geil. Und für Big Freddy war das die dritte weiße Weste. Schraubt sich damit hoch auf die zwei. Zusammen mit dem Trauzeugen von Tim Kleindienst. Abgewährte Shots habe ich im Blick. Vier von vier. Drei Paraden hat er drin gehabt. Sah einmal beim Rauslaufen nicht gut aus. Bisschen orientierungslos. Aber ansonsten absolute Katzenmanier. Er ist für mich der Game Changer. Der Berliner. Und zwar in den nächsten Wochen. Denn da kommen knackige Matchups rein. Ich sage euch mal die nächsten Gegner. Das ist nämlich Frankfurt. Dann in München. Und gegen Freiburg. Ich sage schon mal, der holt in München mindestens 300 Punkte bei Kickbase. Das sind hier richtig geile Matchups für ihn. Von daher eher meine zwei. Und damit auch eine ganz heiße Kaufempfehlung von mir. So, und die Eins. Junge, Junge. Also, da nochmal die besten Genesungswünsche an Alex Pavlovich. Pavlovich. Also, es tut mir hart leid für den Jungen. Der hat gefühlt den Ball seines Lebens gespielt. Die letzten Wochen. Schlüsselbeinbruch. Die Diagnose. Drei-monatige Ausfallzeit. Gute Besserung, Junge. Komm besser zurück. Also, das ist echt. Das will man einfach nicht sehen, sowas. Das öffnet aber natürlich die Tür für den 50-Millionen-Mann hier von Fulham. Joao Palinja. Der hat das richtig gut gemacht. Dann auch seine Chance direkt genutzt. Es ging auch nur dieses Szenario. Dass da jemand ausfällt und dass er dann darüber reinrutscht. Weil da patzt auch aktuell keiner bei den Bayern. Die Chance hat er genutzt. Absolute Passdominanz ausgestrahlt. Wie gefühlt die ganzen Bayern. Das war eine Übermacht gegen den VfB. Als wenn sie einen Überzahl gespielt hätten. So sah das irgendwie aus. 96% Pässe. Also hier wirklich Pavlov-Style. Deutlich auch über seinem Average, den Palinja da so spielt. Bekam ab Minute 8 da wirklich dann seine Minuten. Und davor ja auch eher Kurzeinsätze. Der sollte dann jetzt erstmal gesetzt sein. Auch für die nächsten Bulli-Starts ist er da. Der Mann im Bayern-Zentrum. Mit Kimmich. Tacklings. 4 von 4. 60% gewonnene Zweikämpfe habe ich noch für euch. Richtige Stats-Massaker hier. 4 Balleroberungen. Noch Schüsse aufs Tor. 2 von 2. Das Ding beim 3 zu 0. Das ist auch ein Torschuss von ihm. Der wird geblockt da. Und dann Abstauber Kane. Die Redaktion hat den hier mal als Assist gegeben. Das legen wir halt so aus. Es ist ja hier Gewinner ohne Scorer. Für mich ist es kein Cleaner-Assist. Deswegen habe ich ihn mal hier in unser Ranking reingeschraubt. Er ist für mich ein neuer Stabilisator. Das ist hier mein Resümee. Und das darf er jetzt beweisen. Am Mittwoch gegen Barca. Und am Wochenende gegen Bochum. Es ist Zeit für Zeitler. Aber vielleicht läuft seine Zeit auch gerade eher ab. Das ist mein Gefühl. Da war dann doch die Zeit für Zeitler abgelaufen. Ole, let's go. So, und damit gehen wir rein in die Woche. Und wir haben eben schon wieder was aufgenommen mit Tobi. Habe ich mir mal die heißesten Bundesliga-Stürmer angeguckt. Die gibt es morgen. Und damit wünsche ich euch einfach nur ne heiße, ne geile Woche. Und startet gut rein. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.